Willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City, zur letzten Malibu Mission bis wahrscheinlich, nachdem wir im letzten Part aggressionsmäßig Hillary endlich besiegt haben. Ach, jetzt geht's einfach weiter mit der Kuh. Da steht, doch der Kuh steht. Wie ihr seht, Damen und Herren, das wird der einfachste Bucke, der wir noch gemacht haben. Hey, Tommy, ehrlich gesagt, du musst in die Verordnung gehen. Was in die Hölle haben wir gebraucht, Mann? Das ist kein einfacher Plan. Well, who needs a simple Plan, anyway? Take Communism. Now, that was a simple Plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive to get a car. Uh, aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Ken! Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. I don't understand, what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank. We wave the gun around. And leave very rich men. I'll drive. I'm great. A passenger. Wait, I'll tell the group about this. Ah, Hillary has too much room taken. I am not. R2! Hey, shut up, you two or you can get out of the wall. Yeah, Hillary. Boah, die haben so einen Schatten. Egal, jetzt können wir endlich unsere Bank ausrauben. Unsere Bank vor allem, aber ihr wisst, was ich meine. Ah, die Mission war immer meine Lieblingsmission. Nee, Pizza Mortale war meine Lieblingsmission. Und hier ist, aber die, die in der Bank, die macht eigentlich auch relativ Spaß. Weil, eigentlich ist die ganz einfach. Nur hinterher wieder vor den Bullen abhauen. Aber wir müssen, glaube ich, nur geradeaus fahren. So. So, der Kerl fährt jetzt hier irgendwo hin. Joach, jetzt fahren wir hier. Boah, ich verliere schon wieder den Faden. Deutsche Sprache, Arsch. So. Mit den Beinen ziehen wir uns jetzt um. Ah, im Gebüsch. Ah. Way. Wahnsinnig alles Grüßen. Und. Go! Das ist ein Rang! Niemand bewegt! Jeder ist gegen diese Wände! Phil, schau das Pferd. Wilco, schau das! Komm, Cam, die Pferd ist nach oben. So. So. Dann gehen wir mal nach oben. Oh, wir haben uns echt ein... Oh, super, super. Ich wollte gerade nämlich sagen, wir haben uns echt... eine Menge Scheiße hier zusammengesucht. Aber, ähm, da ist noch so ein Teil. Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Mal kurz gucken. Er ist tot. So, das hätten wir auch geschafft. Jetzt gehen wir hier rein. Hallo, Cam. Ja, wir sind also in der Bank. Wir haben jetzt fast alle Leute hier beseitigt. Bis auf ihn hier. Jetzt versucht Cam hier sein... Den hatten wir gerade schon gesehen. In seinem komischen Büro. So, wo ist er, wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, ihr habt alle so einen Schatten. Egal. Da ist er. You, you're coming with me. Okay, okay, just don't shoot. Ah, hüpfen ist so eklig. Komm, oder ich erschieße dich. Ich habe gesagt, niemand bewegt. Hallo, Manager? Ja, mitkommen. Boah, inkompetentes Personal. Meine Versprecher häufen sich. Das finde ich nicht gut. So, komm. Man muss ja immer da jetzt kommen, dass er auch richtig durch die Tür kommt. Es ist auf dem Zeitpunkt. Du könntest jetzt aufhören. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. Und so wie der Zufall jetzt auch will, hat Phil so weit alles unter Kontrolle, dass... I told you not to touch that alarm. The SWAT Team will be here any minute. I could do with some help here, Tommy. I told you not to touch that alarm. I told you not to touch that alarm. I told you not to touch that alarm. Surrounded? Ha, 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 ha... They're craping themselves. You're rotten bastard. Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Als ob die so schnell hier hingekommen sind. Was ist das denn? Ich sterbe. Super gemacht, Jungs. Echt geil. War ich nicht. Dann geht der ganze Scheiß halt jetzt nochmal von vorne los. Wir haben Zeit. Ja. Vom SWAT erschossen. Welch eine Trauer. Malibu. Tja, müssen wir den Banküberfall wohl nochmal versuchen. Das machen wir jetzt auch. La 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 la. Yo. Yo. Und alle Beifahrer ändern sich. Ja, sicher. Ja, da sind wir vom SWAT erschossen worden. Tommy, Hillary hat zu viel Platz genommen. Der sitzt vorne. Ihr seht das gar nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Vor allem. Ja. Ja. Das ist kein Zeknick, diese Fahrten. War. Ich fahr jetzt mal auch so wie ihr. Und der steht wieder auf. Ist klar. Ich will gar nicht wissen, was für ein Ding der rumfuchtelt. Aha. So, uns wieder hier hinstellen. Hau bloß ab. Jetzt wissen wir aber auch ungefähr, was uns erwartet. Ich hab schon mal das Glück gehabt, die wurden vom Auto überfahren, während wir da drüber über die Straße gingen. Okay, Leute. Gleicht und leicht. Just as we planned. Just as we planned. So. Ja, die Kubaner schießen sich wieder gegenseitig ab. Und die Haitianer. Aber mit diesen ganzen Gängen kriegen, haben wir es noch später mitzutun. Und rein. Vor allem alle mit Gewehren, außer Tommy. Der hat nur mit seiner pissigen Knarre. Phil, holt den Pferd. Wilco, riechst das. Komm, Cam, die Tür ist auf der Straße. Beide erschossen. Alles easy. So. Jetzt gehen wir nach oben. Auch weg. Hallo? Und der ist auch weg. Das ist der Vorteil an dieser Knarre. Wir holen uns mal noch so ein Teil. Und wieder ab in den Aufzug. Wir nehmen uns gleich wieder die Minigun. Hallo, Cam. Fert mal auf, ich muss mal meinen Camcorder wieder laden. Der ist auch weg. Das ist ein Flan G9000. Das könnte es dauern, um zu kratzen. Oder fünf Minuten, wenn du einen Manager findest. Ich gehe finden, wo er aufhört. Dann geht's noch mal auf. Bapapam. Bapapam. Na, Banküberfälle sind nicht so einfach, wa? Phil, denkst du noch so süß? Klar, alles ist wirklich so süß. Du, du kommst mit mir. Okay, okay, einfach nicht schreien. Ich habe gesagt, niemand bewegt. Ja, Phil, du hast alles in Ordnung. Ach, bei Phil gibt's ja hinterher auch noch Missionen. Oh, wir haben doch noch ein bisschen genug zu tun hier in dem Spiel. Wird doch so um die 30, 40 Parts, werde ich mir doch noch Hilfe brauchen. Hell, ich kann die Timelock überpassen. Oder alles andere geht schneller, als ich hoffe. Bleib hier. Du hast nichts gemacht, und du bist tot. Ich habe gesagt, ich habe nicht den Alarm gebeten. Das SWAT-Team wird hier in any minute. Ich kann das mit Hilfe hier, Tommy. Ich habe die SWAT-Systeme, ich will komplett umgekehrt. Umgekehrt? Sie sind schrauben, du roter Basterde. Tommy, die Bauten. Er ruft den Vornamen von fünf und quer durch die Bank. Okay, du hast es gefragt, du hattest deine letzte Chance. Sie sind schrauben, sie sind schrauben. Hey, Kamer! Ja, wo ist Hillary? Ich werde ihm weg. Ich werde ihm wegbequetsichern. Hey, Leute! Gib ihn! Ich habe dich vertraut. Huh? Fick dich! Nein! Nein! Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir machen die Mission im nächsten Part dann weiter. Tschüss! Ich bedanke mich fürs Zuschauen.